Wie schaffst du das eigentlich immer so perfekt auszusehen? Naja, ich mache das, was man als moderne Frau immer so macht. Einmal am Tag Ausdauer, eine halbe Stunde Yoga, dreimal die Woche Krafttraining. Natürlich nicht zu viel, damit es immer noch feminin ist, aber auch nicht zu wenig, weil es sonst nicht mehr sportlich genug ist. Dazu Make-up, Styling, Friseur, Kosmetika, Lymphdrainage, Maniküre, Pediküre, Waxing, Solarium. Was man eben so macht, muss man ja gar nicht drüber reden. Und wer die Presse fragt, fünf Liter Wasser pro Tag und gute Gäne.